Was glaubt ihr, warum dieses Glücklichsein so wichtig für Frauen ist? Alleine vor allem Glücklichsein. Es sind auch meistens immer die, die Single sind, die nach sowas suchen. Ah, wie kann ich Glück finden? Wie kann ich glücklich sein? Ich möchte mich nicht von einem Mann abhängig machen, um glücklich zu sein. Ich muss erst alleine glücklich sein, bevor ich in eine Beziehung gehe, etc., 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 etc. Was schwierig ist von einem Geschlecht, was ich abhängig machen muss. Was? Denn ein Mann muss gebraucht werden, nicht gewollt werden. Und wenn du sagst, ich brauche jemanden in meinem Leben, dann geht das natürlich einher mit einer gewissen Abhängigkeit. Du musst als Frau dich von einem Mann abhängig machen, sonst funktioniert das nicht. Und da seht ihr übrigens, wie wichtig es ist für eine Frau, eine richtige Entscheidung zu treffen, gut auszuwählen, mit wem sie sich, wenn wir es runterbrechen sogar, mit wem sie in die Kiste springt, mit wem sie Sex hat, weil es hat Konsequenzen. Und wenn sie eine schlechte Wahl trifft, dann macht sie sich von jemandem abhängig, der ihr dann wahrscheinlich danach das Leben zur Hölle macht. Und deswegen ist es für eine Frau super, super wichtig, dass sie diese vielen Ansprüche hat, aber dass sie sich genau überlegt, mit welchem Mann sie zusammenkommt. Denn dieser Mann hat Verantwortung. Also auch hier, liebe Männer, eine Frau, es kommt ein Mensch, also in dem Fall eine Frau, und geht mit euch eine Beziehung ein. Und ab dem Zeitpunkt, wo ihr sogar sagt, ich möchte führen, weil ich bin der dominante Part, dann habt ihr eine Verantwortung für die Person. Und auch hier übrigens wiederum, kannst du nicht mit einer Frau zusammenkommen und dann mit Ende 30, wenn du merkst, puh, mein Sexualmarktwert explodiert gerade, lasse ich sie links liegen und hole mir eine neue. Und zwar eine 20-Jährige. Auch da liegt die Verantwortung, natürlich auf den Schultern des Mannes, dass sich die Frau von ihm abhängig gemacht hat und dass er natürlich sie entsprechend noch gut behandeln muss. Also bevor jetzt einige Frauen sagen, was ich schon oft gehört habe, ich mache mich doch nicht abhängig von dem Mann. Das stimmt. Wenn es aber der richtige Mann ist und du eine richtige Entscheidung triffst, dann willst du dich abhängig machen. Dann ist es nötig. Aber dann hast du dich von jemandem abhängig gemacht, wo du weißt, der geht mit dir gut um. Dem kannst du vertrauen. Der wird dich beschützen, der ist für dich da. Wenn die Kacke gegen den Ventilator fliegt, weißt du, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Wenn du aber nicht mit so jemandem zusammen bist, dann ist verständlich, dass du sagen wirst, ich mache mich doch nicht abhängig von dem Affen, mit dem ich hier gerade zusammen bin. Entschuldigung, was ist das denn? Weil du weißt, du gehst den Bach runter, wenn du dich von dem abhängig machst. Ihr merkt, das eine führt zum anderen. Aber es ist halt schwierig, wenn du natürlich in einer Welt aufwächst, wo es heißt, mach dich nicht von einem Mann abhängig. Darfst du auch nicht. Weil wir dürfen Männer nicht vertrauen. Denn meine Frage wäre jetzt, warum sollte sich eine Frau nicht von einem Mann abhängig machen, wenn doch dieser Mann weiß, wie man verantwortungsvoll mit sowas umgeht. Also obliegt es natürlich dann in der Verantwortung der Frau, eine richtige Wahl zu treffen. Tut man aber nicht. Weil man ja heutzutage mit jedem schläft. Sozusagen. Theoretisch. Einige da draußen. Und das eine Problem führt natürlich dann zum anderen. Und dann sind wir da, wo wir halt heutzutage sind. Nämlich die Frauen beschweren sich, dass es keine guten Männer mehr gibt. Alle Männer sind Weicheier. Und wenn sie keine Weicheier sind, aber die Frauen dann extrem empowered sind und unabhängig, dann wollen sie gleich sein. Und sie wollen auch führen. Und sie lassen sich nicht führen. Sie wollen ja nicht devot sein. Und der soll aber auch den ganzen Blödsinn ertragen, den ich mitbringe, bla 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 bla. Aber wie wir ja schon festgestellt haben oder wie auch generell diese Frauen feststellen, Männer, die die Wahl haben, geben sich dem Blödsinn nicht. Die sagen, was? Independent, unabhängig? Sorry, kein Bock auf so einen Scheiß. Nerv mich nicht. Kopfschmerzen. Warum? Weil ein Mann möchte Status und ein Mann möchte das Tor für die Frau in der Welt sein. Und mit einer Frau, wo du auf Augenhöhe bist, der du nichts zeigen kannst, das gibt dem Mann leider nichts. Es gibt nichts Schöneres für einen Mann, mit einer Frau zusammen zu sein, wenn er ihr die Welt zeigen kann. Wenn sie durch ihn vieles erfährt, lernt, sieht, erlebt. Deswegen sagt man ja auch, der Mann geht seinen Weg, der Mann gibt die Führung an und die Frau entscheidet, ob sie mitgehen möchte, weil er Werte mitbringt oder weil er Ansichten hat, die sie auch gut findet. Und sagt, okay, auf dieses Boot springe ich auf und fahre damit, weil das gut ist. Weil erlebe ich was. Aber wenn du als Frau halt schon vieles erlebt hast, dann springst du nicht auf das Boot auf. Oder du springst auf und sagst, boah, langweilig. Ja, jetzt fahren wir in die USA. Der war noch nie da, der freut sich wie ein, wie, wie, wie ein, was weiß ich, wie ein Küken. Ich war schon siebenmal in den USA. Boah, ist das langweilig. Für einen Mann nicht. Der sagt sich, ich fahre jetzt zum zehnten Mal in die USA, aber sie war noch nie da. Und sie freut sich und sie findet es geil. Und das freut mich auch. Und das finde ich auch geil. Weil so Männer einfach funktionieren. Das ist ein Jahr. Und das ist ein Jahr.